Svenja fragt, was macht eigentlich ein Biersommelier? Ich bin Thomas und das ist eine Minute Bier. Ein Biersommelier ist ein Experte für Bier. Das Wort Sommelier stammt aus dem Französischen und bedeutet Mundschenk. Der Mundschenk hatte im Mittelalter an den Adligenhöfen die Aufgabe, Speisen vorzukosten und deren Qualität zu beurteilen. Ein Biersommelier macht heute im Endeffekt nichts anderes. Er kennt die einzelnen Bierstile und kann diese auch sensorisch beschreiben. Weiterhin kann er auch das richtige Bier zu einer entsprechenden Speise empfehlen. Die Hauptaufgabe eines Biersommeliers ist es allerdings, die einzelnen Biere so zu präsentieren, dass es für den Zuhörer natürlich interessant und informativ ist. Am besten erzählt er auch eine kleine Geschichte dazu. Kurz gesagt, durch einen Biersommelier wird der Biergenuss erst zu einem richtigen Erlebnis. Das war eine Minute zu Bier. Ich bin Distelhäuser.